Hallo meine Freunde, hier ist euer Dimitri und ich möchte euch heute zu einer kleinen Zeitreise einladen. Ich möchte mir mit euch heute noch einmal die schönsten Momente anhören, die wir mit einem äußerst geschickten, talentierten, sympathischen und intelligenten Teamleiter hatten. Dieser Teamleiter hat darüber hinaus wie ein Chamäleon nicht die Fähigkeit seine Farbe zu wechseln. Gut, vielleicht weiß ich nicht, ich habe kein Bildtelefon. Auf jeden Fall kann dieser Mensch seinen Namen wechseln. Mal ist dieser überaus sympathische Mensch ein Matthias Jung. Ein paar Tage später heißt er Martin Hoffmann. Ja gut, es gibt Menschen, die heiraten oft. Wir haben ja jetzt bei Callcenter schon gehört, dass sich bei Hochzeit auch Vorname ändert. Von daher, vielleicht ist er ja gar nicht so böse. Darüber hinaus ist dieser gute Mensch auch noch ein Samariter, ein Engel auf Erden. Weißt du, am einen Tag versucht er noch Strom zu verkaufen. Weil er uns natürlich das Beste tun will, was es gibt, weil er ist so herzensguter Mensch, bekommen wir den günstigsten Vertrag, den er finden kann, der aber gleichzeitig seiner Firma die höchste Provision ergibt. Und er hilft am Telefon noch seinen armen Angestellten, die mit den ganz normalen Alltagsfragen der Charaktere überhaupt nicht zurechtkommen. Er ist ein wirklich guter Mensch. Er ist wirklich würdig des Bundesverdienstkreuzes. Ein paar Tage später dann ist der gute Mann, weil er mit dem Strom nicht genug Gutes tun konnte, zu den Hardcore-Telefonbetrügern der Gewinnspiel-Mavia weitergezogen. Dort verhindert er Verbrechen, indem er Menschen am Telefon, nachdem die wieder mal nicht mit normalen menschlichen Fragen klarkamen, dabei hilft, den Kunden zu erklären, dass sie Geld, Auto, Reise, Gutscheine oder was auch immer gewonnen haben. Aber weil er natürlich nicht möchte, dass diese armen, armen Menschen Gewinnsteuern bezahlen müssen, verschafft er ihnen ein Zeitungsabo, das sie gar nicht wollen, aber bezahlen müssen. Aber sie kriegen natürlich keinen Gewinn. Dieses Video soll sich zum einen richtig schön lächerlich machen über diesen Typen mit seinem Kaugummi-Automat und soll zum anderen noch einmal zeigen, dass es eben nicht spezialisierte Callcenter sind, die da sitzen, sondern da sitzt ein Haufen Affen, wahrscheinlich festgekettet an Stühle irgendwo, irgendwo nachts in irgendwelchen Bars entführt und da hingesetzt. Und die Leute telefonieren dann für 10, 12 unterschiedliche Projekte, sollen sich 10, 12 Leitfaden merken, obwohl sie nicht einerseits gerade Deutsch sprechen können. Und der Oberaffe Kaugummi-Automat steht im Hintergrund für die Oberaufsicht und kriegt von der Ziege immer wieder virtuell auf die Fresse. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Compilation und hinterlasst zu Ehren dieses Ehrenmannes. Doch bitte einfach hält der Kaugummi-Automat in den Kommentaren, damit er sich so richtig schön aufregen kann und beim nächsten Anruf ein Gesprächsthema mit mir kann. Viel Spaß, Freunde! Warum sagen Sie Kaugummi-Automat? Was soll das? Hallo, guten Tag, Martin Hoffmann hier im Apparat. Hi! Hallo! Ich bin kein Franzose, ich bin erstens sein Vorgesetzter. Er kann mich nicht beleidigen, das wäre schwach. Er hat mit meinem Kumpel gesprochen, der ist Franzose. Achso, und er hat Ihren Kumpel beleidigt. Ja, der Telefon weglegt und sagt, rede weiter, mich beleidigen. Jetzt ist der weglaufen. Nein, nein, sowas stimmt nicht. Sowas gibt es nicht, darf er gar nicht. Ich höre mir das Gespräch die ganze Zeit an. Nur weil Ihr Kollege... Wer ist denn Anschluss-Nabas? Sind Sie das oder ist das Ihr Kollege? Ja, das ist der Jüllo. Also das ist Ihr Kollege, ja? Ja. Und Ihr Kollege, weil er ja wenig Deutsch spricht, ja, ist ein bisschen schlecht klargekommen. So, wir möchten zusehen, dass Sie im Energiebereich Geld sparen und eine Preisgarantie bekommen, sodass Sie in den nächsten Monaten für Strom oder auch Gas weniger bezahlen, ja? Ja, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Können wir Englisch machen? Ähm, mein Englisch ist terrible, aber ich versuch's, okay? Okay, let's do it. Yes. Okay. You pay for months for electric, you pay for gas? Yes, gas, very good. Okay, what you pay for gas? It's 60. How much, how much? 60. 60 for electric, yes? 60 for electricity. Okay, and how much you pay for gas? For the gas, it's about 35. 35. 35. Also 35, yes? 35. 35. 35, yes. Ja, 35. 35, exactly right. Okay, yes. You give me the contract number from Energieversorgung, Sult. Yes. This number is 208-366-797-010 and the electric number is 748-594-17. Yes, yes. Soll ich das aufschreiben? No, no, no. You, du hast gegeben diese number. Mein Kumpel, mein, 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 mein. Ja, dein, dein. Mein Kumpel did. Ja, nein. I don't do it. And you must give me from GAS the contract number. Contract number? Okay. Yes, contract number, please. Yes, I will do it. I need to look for the paper. Where did you pick up your good English? Did you get it from Kaugumi Automat? Yes, my English from Kaugumi Automat. And I wish you all the good. Ciao, Thomas. Can you please speak? What did you just say? Also, I find this really surprising how you speak with me. Why do you say Kaugumi Automat? What do you mean? This is the best word I know for a stupid call center. Yes, this is call center. Arrivederci, yeah? Ciao. Arrivederci. Can you please... Hello? Hello? Please don't put it on. Why do you say Kaugumi Automat? What do you mean? Martin Hoffmann here, please. It's beautiful. Yeah, you are the voice from the background. Yeah, I have a great voice. I have a great voice, isn't it? Yeah, I already wanted to ask you all the time, but why do you have to ask you all the time? Why do you say all the time, why do you say all the time? I have just the first time spoken. I have still very good ears. Oh, and the woman has always repeated exactly what you have said. No, at the beginning you said that you don't listen well. Yes, but you got a very strong telephone from my uncle. Yes. Tell me, from which circus you come from? That's the Ziegen circus. Yeah. Yeah. Machen Sie mal weiter so, ja? Können Sie sich bitte eine anständige Arbeit suchen? Nein, Sie suchen sich mal anständige, vernünftige Persönlichkeit, ja? Diese Persönlichkeit, die steht Ihnen gar nicht, ja? Sie versuchen einen auf alt zu machen oder sonstiges dergleichen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Job mal selber persönlich gemacht haben, aber dass Sie solche Menschen, beziehungsweise unsere Arbeit, so ansehen, als wären wir Dreck, dann liegen Sie komplett falsch, ja? Ja, möchtest du lieber mit den Russen reden? Ja, von mir aus kann ich auch mit den lieben Putin sprechen, ja? Ja, erzähl mir, möchtest du bei Kreml kommen, da kannst du mit mir Krabbensaft trinken? Hallo, blöd, hat aufgelegt, ich habe gewonnen, das wird, glaube ich, über die Leiden eines Callcenter-Neulings-Zeit-3. Fräche Lügen, die ganze Zeit Vorsagen, ich habe nicht gemerkt, Dimitri wohnt in Hamburg-Mollwurf und bei Baden-Baden, diese Leute, ich weiß nicht, was ist los mit ihnen, aber ich habe sehr gut zusammengefasst, ich sehe es als Dreck, genau wie die meisten von euch, die das jetzt anhören. Ich freue mich auf eure Hilfe und wir werden diesen Krieg gewinnen, mein Bruder. Warum sagen Sie kaum um ihr Automat, was soll das? Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Gewinn. Hallo. Ich habe eine Kontonummer, bitte. Blöd, Leute. Nur die alte, große Kontonummer, keine IBAN, nur Konto. Ja, beruhig dich, Mann, was ist denn los, hast du Stress oder was? Nein, um Gottes Willen. Beruhig dich doch mal, ich bin ein alter Mann, es ist kein DER-Zug, blöd. Sie sind ein alter Mann, sie macht sich geboren. Natürlich, Mann. Das Leben ist hart, da wird man schnell alt. Weißt du, ich habe einen gefährlichen Beruf und da ist das nicht alles so einfach. Hab ich verstanden. Okay. Soll ich Ihnen sagen, was ich für Beruf bin? Ja. Ich bin hauptberuflich Jäger von betrügerischen Callcentern und bei euch bin ich auf eine richtige Goldmine gestoßen, blöd. Ihr seid ja richtige Hardcore-Betrüger. Was ist da los bei euch? Das ist ja geil, Alter, ey. Wie ist das Wetter in der Türkei, Suka? Ja, sehr gut, Blair. Bei euch? Ja, nicht so gut. Aber Wetter wird immer besser, weil die Leute langsam checken, was ihr für Schweine seid. Ach du Scheiße. Ist so. Da liegen sie, glaube ich, ein bisschen falsch. Ja doch, ihr müsst mal gucken. Es muss nicht immer gleich sein, junger Mann. Hallo? Doch, hör mal zu. Weißt du, eure Leute... Es gibt auch, die unsere Mitbürger am Telefon bekommen. Okay? Ja, hör mal zu. Weißt du, du hast Leute, die rufen an, die stellen sich mit deutschem Namen vor, haben einen ganz eindeutig türkischen Akzent. Können keinen Satz fehlerfrei aussprechen. Eure Leitung ist mega scheiße, weil ihr tausende Kilometer weiter seid. Und ihr lügt von Anfang bis Ende. Und wollt den Leuten Geld abzocken und denen eine Zeitschrift andrehen. Das ist so bekannt, Blair. Könnt ihr ruhig nicht mal was Neues ausdenken? Aber auch gute Reklamation. Das heißt, wir müssen dran was tun und uns weiterbilden. Ja, ihr könnt euch alle mal anständige Arbeit suchen. Wie wär's damit? Du kannst Kartoffelbauer werden oder Schweinezüchter. Das geht auch. Ja, such dir mal anständige Arbeit, blöd. Geh dein Geld ordentlich verdienen. Wunderbar, dann schreib ich das doch rein. Wunderbar, alles. Willst du noch Statementen geben? Nein, will er wohl nicht. Super blöd. Warum sagen sie Kaukummiautomat? Was soll das?